19. Dezember 20. Dezember Aber wie denn? Kann man denn seine Gefühle kommandieren? Kann man denn nach dem Kalender seine Empfindungen regeln? Man kann's nicht. Der schnurrige Minona erzählte einmal die Geschichte vom Schauspieler Nesselgrün, dem es plötzlich einfiel, sein ihm zustehendes Weihnachten im August zu feiern. Und unter unendlichem Hallo geht denn diese deplatzierte Festlichkeit auch vor sich. Aber haben wir doch gelacht, als wir das lasen? Könnten wir anderen das auch? Es ist wohl nicht nur die Furcht, uns lächerlich zu machen. Es muss noch etwas anderes sein. Der Grund, dass wir wirklich jeden Weihnachten, in jedem Jahr immer aufs Neue imstande sind, genau um den 25. Dezember herum die gleichen starken Gefühle zu hegen, liegt doch wohl darin, dass sie sich angesammelt haben. Es muss doch irgendetwas da sein, das tropfenweise anschwillt, das ganze Jahr hindurch. Schließlich ist doch der Kalender etwas ganz Äußerliches, Relatives. Wir sind in gewisser Hinsicht in ihm verwachsen. Aber die Zeit ist nicht in uns. Wir sind in der Zeit. Und das kleine Plättchen, das den 24. anzeigt, ist kein Grund. Es ist ein Signal und ein Anlass. Ich habe immer das Gefühl, als ob wir jede Woche im Jahr weihnachtliche Empfindungen genug aufbrächten. Aber gute Kaufleute, die wir sind, legen wir sie in kleinen Posten zurück, bis es sich einmal lohnt. Im Dezember ist dann das Maß meist voll. Ist es nicht schließlich mit jedem Gedenktag so? Warum sollen wir gerade am 19. an sie denken und warum nicht einen Tag später? Heute vor einem Jahr. Ach Gott, entweder wir empfinden immer, dass sie auf der Welt ist, oder wir empfinden am 19. auch nur konventionell. Gefühle nach dem Kalender, das geht nur, wenn der Kalender sie ins Rollen bringt. Gefühle nach dem Kalender, wir haben alle nur keine Zeit, um gut zu sein. Wie? Wir haben nur alle keine Zeit und müssen tausend und tausendmal herunterschlucken und herunterdrücken und sind vielleicht im Grunde alle froh, allweihnachtlich einen Anlass gefunden zu haben, den gestauten Sentiments freien Lauf zu lassen. Wer erst nach dem Kalenderblatt sieht, sich vor den Kopf schlägt und »Ach, richtig« ruft, dem ist nicht zu helfen. Vielleicht hat diese neue, ehemals große Zeit manches am deutschen Weihnachtsfeste geändert. Ich weiß nicht, ob's innerlich geworden ist. Es täte uns so Not, nicht aus Gründen der Religion, die jedermanns Privatsache ist, sondern aus Gründen der Kultur. Diesem Volk schlägt ein Herz, aber es liegen so viele Kompressen darauf. Reißt sie ab, wagt einmal, was besonders dem Norddeutschen schwer und sauer fällt, wagt einmal geradeaus zu empfinden, und wenn euch das Fest nach all dem, was geschehen ist, doppelt lieb, aber doppelt schwierig erscheint, dann denkt daran, wie ihr es im Feld gefeiert habt und wo, und denkt daran, wie es ein Halt gewesen ist gegen die Lasten des äußeren und inneren Feindes, und wie schon das Datum, wie schon der Kalender Trost war in verdammt schwarzen Tagen. Und, weil wir hier gerade alle versammelt sind, denkt schließlich und zu guter Letzt auch an etwas anderes. Nach dem Kalender fühlen Aber habt ihr einmal geliebt? Die Damen sehen in ihren Schoß, und die Herren lächeln so unmerklich, dass ich von meiner Kanzel her Mühe habe, es zu erkennen. Also habt ihr geliebt, und ihr, ich sehe keinen an, liebt noch. Nun, ihr Herren, und wenn sie Geburtstag hat? Nun, ihr Herren, und wenn der Tag auf dem Kalender steht, an dem ihr sie zum ersten Mal geküsst habt? Nun? Ihr feiert das. Was im ganzen Jahr künstlich oder zufällig zurückgedämmt war, es bricht, wenn's eine richtige Liebe ist, elementar an solchem Tage hervor, aus tiefen Quellen. Der Tag, dieser dumme Tag, der doch gleich allen anderen sein sollte, ist geheiligt und festlich und feierlich und freundlich, und ihr denkt und fühlt, sie, und nur sie. Nach dem Kalender? Nicht nach dem Kalender. Ihr tragt alle den Kalender in euch. Es ist ja nicht das Datum oder die bewusste Empfindung, heute müsste man nun. Es ist, wenn ihr überhaupt wisst, was ein Festtag ist, was Weihnachten ist, euer Herz. Lasst uns einmal von dem Festtagsrummel absehen, der in einer großen Stadt unvermeidlich ist. Lasst uns einmal daran denken, wie Weihnachten gefeiert werden kann, unter wenigen Menschen, die sich verstehen. Das ist kein Ansichtskartenweihnachten. Das ist nicht das Weihnachten des 24. Dezember allein. Es ist das Weihnachten der Seele. Gibt es das? Es soll es geben. Und gibt es auch, wenn ihr nur wollt. Grüßt ihr Herren die Damen, küßt ihnen leise die Hand in meinem Auftrag und sagt ihnen, man könne sogar seine Gefühle nach dem Kalender regeln, zum Geburtstag, zum Gedenktag und zu Weihnachten. Aber man muss welche haben. Ende von Gefühle nach dem Kalender von Kurt Tucholsky Gelesen von Hokus Pokus Gelesen von Hokus Pokus Gelesen von Hokus Pokus Gelesen von Hokus Pokus Vielen Dank.